Hallo Freunde, Chris Natter von SwissChiefHD hier und heute mit der 15. Folge von meiner Road to Glory. So, wir nehmen das Palmeira Auswärts Trikot und das Heimtrikot nehmen wir das Kaiser Chiefs Trikot. Heute treten wir mit dem brasilianischen Team an. Haben unseren Gegner schon gefunden, es ist der Borboreo 3 mit einem Brasilien Team, wie mir scheint. Wir nehmen das Auswärts Palmeira Trikot und schauen uns das gegnerische Team an. Ja, ein fulbrasser Team mit Pato und Wellington im Sturm. Das sind zwei gute Stürmer. So, jetzt Neymar mit dem Roulette 1 Scoopter. Heel to Heel, Körperfinte, schön setzt er sich hier durch mit dem Roulette. Scoopter nach Hause und der Schuss, so, knapp neben das Tor. Schade, schade. So, jetzt Neymar. Ziehen sich hoch. Chess Flick. Hocus Pocus Scooptern. Ah, der Gegner ist am Containen. Das kommt mir zumindest so vor. Jetzt aber klares Foul. Was? Kein Foul. Oh mein Gott, der verdammte... So, jetzt herrlicher Ball auf Neymar. Ah, der kommt aber nicht an. So, jetzt Ronaldinho mit dem Rani Waka Waka Scooptern. Spielt leider auf Yadson. Der mit einem Roulette Perleffekt eingesetzt. Wieder ein Roulette Scooptern und der Schuss. Nein, gehalten. Ah, Carlos Alberto trifft auch nicht. So, jetzt Ronaldinho dreht hier mit den Skills aus. Kommt die herrlich vorbei. Ah. Dann Rainbow in die Mitte. Come on. Nein, verwerte das Ding doch auch. Du M***, Mann. Du verdammter H***. Scheiss Ronaldinho, Mann. Den hätte ja wirklich jeder reingemacht. Oh nein, Ecke für den Gegner. Oh. Glück gehabt. Nein. Oh. So, jetzt wird da aber Neymar geschickt. Ach ja, Neymar. Sumba Neymar. Mit dem Rani Waka Waka Scooptern. Einmal geht die Widerscooptern und dann BÄM ist das Ding drin, Mann. Ach ja, Neymar. So will ich das sehen von unserem jungen Superstürmerstar, Mann. Herrlich gemacht von Neymar. Das muss man einfach mal wieder sagen. Mit dem Rani Waka Waka macht er das schon ziemlich gut, würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt Mariano aufrafen. So, der macht Ballroll, Dragback Fake. Nochmal Ballroll, Dragback Fake. So, jetzt Neymar schon wieder am Flügel. Völlig am Durchdrehen. Mach Ballrolle. Dragback Fake. Sehr schön gemacht. Mach Ballroll. Waka Waka Waka, Waka, NEIN. Oh, wenn ich den jetzt ausgenommen hätte, Mann. Holy Shit, das wäre so geil geworden. So, jetzt wird da wieder Sumba Neymar. Dreht hier mal wieder mit den Skills ein bisschen auf. Macht einen Scooptern. In Air Reverse Elastico Scoop Turn. Dragback Fake. Sehr schön gemacht. Schuss finden. Körper finden. Dummer Container, Mann. Wie ich das hasse, du verdammte... Nein, und dann das 1 zu 1 durch Lukas, Mann. Mal wieder so ein scheiss Eckballtor. Wie ich sie immer eigentlich kassiere. Nur die verdammten scheiss Eckballtore. Es sind immer die gleichen Tore, die ich kassiere. Was für eine Überzahlmöglichkeit. Jawohl, herrlicher Pass auf, Robinho. Robinho. Jawohl, herrlich vorbei. Jawohl, Robinho. 64. Minute. Sind wir wieder in Führung. So will ich das sehen, Mann. So, jetzt wird da... Ach ja, Neymar. Sumba Neymar. Mit einem Flick zurück. Das Vorrückzieher. Oh. Scheiss, Diego Alves. Oh, Neymar. Verrascht hier 2. Macht ein Roulette. Ein weiter Roulette. Ein Scoop Turn. Oh. So, jetzt Yazon. Mit dem Roulette. Nein, er kommt nicht vorbei. So, jetzt aber Robinho. Heel to Heel. Der ist auf und davon. Legt ihn sich weit vor. Come on, setz dich da durch. Macht ein Roulette. Ein Ballrolle. Dragbag. Wieder ein Roulette. Ein Scoop Turn. Heel to Heel. Schuss finden. Ah. Hätte ich auch mal schiessen können, aber... Wir wollen den Gegner ja jetzt richtig demolieren. So, jetzt... Neymar mit dem Rainbow. Und dann hat er das Ding einfach rein in der 86. Minute. So, die Partie ist auch schon vorbei. Wir gewinnen sie mit 3 zu 1. Haben die ersten 3 Punkte in der Liga geholt. Bekommen 561 Münzen. Spiel des Tages wird Aja Neymar. Würde ich mal sagen, suchen wir gleich mal unseren ersten Gegner. Unser Gegner heisst Yasin Irgendetwas. Wir nehmen... Eigentlich die Kaiser Chiefs Trikot. Ja, ich denke, das sollte kein Problem sein. Sein Teamname Galatasaray AS. Und er hat Joe Hart im Team. Also ein Barclays Premier League Team. Sieht ziemlich gut aus. Mal schauen, wie gut Joe Hart ist. Weil... Ich habe ihn eigentlich ins Team geholt, weil er... Wenn er gegen mich spielt, immer so gut ist. Aber wenn ich ihn irgendwie habe, ist er doch nicht so gut. Darum mal schauen, wie viele Bälle der gegnerische Joe Hart heute kratzen wird gegen mich. So, jetzt Pusufa mit dem Entlassung, mit dem Sculpturn. Schiess, Junge! Oh, mein Gott! So, jetzt Tarapt mit dem Roulette. Oh, wird er ganz klar umgehauen. Es gibt wieder keinen Fall. Also, absolut unverständlich, dass das keinen Fall geben kann. So, jetzt noch nie. Mit dem Advanced Rainbow und der Schuss, der geht rein. Nein! Oh, mein Gott, das meine ich wieder. Wie kann Joe Hart den halten? Das ist so unlogisch. So, jetzt die Assen-Schick auch schön mit einem Drag-Pack-Fick. Jetzt ein Sculpturn. Ein Roulette. Nein! Jetzt also mit dem Roulette und dem Schuss. Nein, abgefälscht. Der hätte ich einfach mal reinschiessen müssen, Mann. Come on, noch nie mit der Flanke. Auf Lutz! Lutz! Oh, mein Gott! Wie kann er denn nicht reinmachen? Ah! Das sind unglaublich wieder die Chancen, die ich hier vergebe. Carlos Eduardo mit dem Sculpturn. Mit dem Roulette. Oh, mein Gott! Aus sechs Metern. Er verschiess den. Hey, das ist unglaublich. Unglaublich ist das. Holy shit! Jetzt Assayidi Heel-To-Heel. Körperfinte. Drag-Pack. Sehr schön gemacht. Advanced Rainbow. Über den Gegner Schuss! Oh, der scheiss hart. Ich schwöre, der hält wieder alles. Wir müssen einfach jetzt das 1-0 schiessen. Es geht nicht anders. Der hält wieder viel zu viel. Und wenn ich ein Tor kassiere, dann hält er alles. Dann kann ich aus drei Metern auch treffen. Also schiessen, dann treffe ich nicht mehr. Jetzt... Ja, Sinchigawi! Wird hier ganz klar umgehauen. Oh, mein Gott! So, jetzt herrlicher Ball auf Assayidi. Assayidi mit dem Megidi. Mit dem Heel-To-Heel. Ein Roulette. Ein Schuss finden. Und jetzt geht er rein. Jawohl! Assayidi! 45. Minute. 1-0. Sehr schöner Treffer. Kurz vor der Halbzeit noch das 1-0. Das ist wichtig. Nein! Oh! Sehr gut gehalten von Tschech. Da habe ich eigentlich schon mit dem 1-1 gerechnet. Ich glaube, das war überhaupt der erste Schuss vom Gegner. Nein! Ah, Busufa! Ah, Busufa, Mann! So, jetzt er kommt er über Megidi. Der sieht Busufa. Der im Zusammenspiel mit Carlos Eduardo. Jetzt läuft Anani! Äh, Assayidi meine ich. Oh, mein Gott! Habt ihr das gesehen? Oh, mein... Nein, Start. Den muss ich jetzt einfach auswechseln. Assayidi, du musst dran. Oh, mein Gott. Was war das für eine Scheisse, Mann? Geht gar nicht. Da bringen wir gleich einen Mann rein. Spielt wieder auf der Halbzeit. Oh, mein Gott. Das war jetzt aber eine Blutgrätsch. Es muss rot geben. Es gibt Gelb. Es gibt Gelb. Du! Verdammter C***, Mann! Das war eine klare rote Karte, Mann! So, jetzt der Rappt schon wieder auf und davon. Heel to Heel. Hält an. Ah, nein. No Look unter der Scheisse. Hey, ich schwöre hart. Hält da wieder mal alles, ey. Das gibt es ja nicht. Genau das meine ich. So, jetzt Carlos Eduardo. Oh, Antilate. Was für ein Longshot, Mann! Spielt auf der Rappt. Der macht einen Rainbow. Der Schuss. Oh, der Scheiss hart mal wieder. Der, ich schwöre, der regt mich so auf. Oh, jetzt gibt es aber einen fetten Konter. Jetzt gibt es einen Konter über Carlos Eduardo. Der läuft einfach mal aufs Tor zu. Und macht einen Longshot. Oh, wie ging denn den rein? Holy shit. Habt ihr das gesehen? Das war ja... Das müssen wir noch mal in der Wiederholung anschauen. So, jetzt Tarabt. Auf und davon. Macht einen Running Waka Waka. Ein Roulette. Sehr schön. Heel to Heel. Körperfinte. Dragbag Fake. Nein. Yassin Chigaui. Mit der Körperfinte. Heel to Heel. Zieht in sich hoch. Reverse Elastigo. Ball rollt. Dragbag Fake. Sehr schön gemacht. Running Waka Waka. Scoop Turn. McKidi. Heel to Heel. Körperfinte. Roulette. Nein! Wieso verlierst du den Ball? So, jetzt McKidi. Ah. David Lewis mit einem Longshot. Oh, gefährlich. Tarabt. Ah, gewinnt das Kopfball. Der wird nicht. So, das Spiel ist dann auch schon vorbei. Wir gewinnen es mit 2 zu 0. Spieler des Tages wird unser Carlos Eduardo. Der mit dem krassen Schuss. Wir bekommen 498 Münzen. Das war's von der 15. Folge von meiner Road to Glory. Ich hoffe, ihr hattet Spass. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!